Tanzflächenträume Manche Träume sind wie diese Riesenpromelie. Das ist eine Pflanze, die jahrelang braucht, bis sie anfängt zu blühen. Und das dann auch nur ein einziges Mal. Aber angeblich lohne sich das Warten. Dieser Gedanke schießt auf mich zu wie eine Pistolenkugel. Aber kurz nur, nur einen Moment, lediglich einen Streifschuss. Er hinterlässt ein brennendes Gefühl, das aber relativ schnell ausgeblendet werden kann. Erst recht mit genug Alkohol. Ich leere meine Bierflasche, die fünfte oder so, glaube ich, aber wer weiß das schon so genau. Wer zählt damit? Träume sind gut, denke ich. Nein, das weiß ich. Sie sind gut, wenn man sie sich erfüllen kann. Aber manchmal sind sie auch einfach nur gut, weil man sie hat. Und die Tatsache ihrer Existenz einen am Leben erhalten kann. Ich starre dem alten Mann in die Augen. Sie sind wässrig und blau und irgendwie auch liebevoll. Soweit ich das im Dämmerlicht auf der Tanzfläche erkennen kann. Seine Augen sind klein, wie zwei Haselnüsse vielleicht, aber eben blau. Und sie sind zwar liebevoll, aber der Blick, der aus ihnen fließt wie ein sanftes Bachinsaal, ist auch verloren und etwas naiv. Aber wenn ich ihm länger in die Augen blicke, blitzt manchmal auch noch eine Wachheit auf. Eine Spur von Tatendrang und stolzer Wildheit, die einmal stärker gewesen sein muss, jetzt jedoch altersschwach erscheint. Er ist 79 Jahre alt, hat er mir ins Ohr geröchelt. Und morgen habe er Geburtstag. Er hält meine Hand sehr fest. Zumindest kommt es mir angesichts seines Alters sehr fest vor. Sein Griff ist besetzt von der Kraft der Verzweifelten. Oder eines bedingungslos Hoffenden. Wir tanzen, bewegen uns zumindest irgendwie zu der Musik. Es läuft ein Song der Rolling Stones. Auf dem Boden neben mir glänzt eine hybride Pfütze. Die Stones, die habe er schon live gesehen, raunt er mir ins Ohr. Und seine Stimme klingt wie das Rascheln einer alten Zeitung. Und da habe er auch die ganze Zeit mit einer Frau getanzt und mit ihr Bier getrunken. Und kurz bevor er sie küssen wollte, hätte sie sich vor die Füße gekotzt. So etwas vergesse man nicht. Ich begnüge mich mit einem Lächeln als Antwort und überlege, ob ich mir noch ein Bier holen soll. Ich hole mir noch ein Bier. Vom Kotzen bin ich noch weit entfernt. Außerdem will ich ihn ja nicht küssen. Und er mich bestimmt auch nicht. Ich bin über 50 Jahre jünger als er. Er hat einfach das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Und von seinen Träumen zu erzählen. Und das rührt mich. Jeder sollte das Recht haben, jemandem seine Träume mitteilen zu können. Auf der dunklen Tanzfläche dieser Nebenstraßenkneipe kommt er mir ein wenig Fehl am Platz vor. Er trägt Jeans, die ihm etwas zu groß sind, und ein weißes T-Shirt, das in seiner Hose steckt. An seinem Hals hängt träge ein rotes Halstuch. Ein Großteil seiner Haare muss schon vor einigen Jahren auf der Strecke geblieben sein. Lediglich ein dünner und kurzer Kranz aus weißem Pflaumen stängelt sich von einem Ohr zum anderen. Er steht inmitten von tanzenden, krölenden und trinkenden jungen Menschen, die tun, was man von tanzenden, krölenden und trinkenden jungen Menschen Samstagnachts in solch einer lichtarmen Nebenstraßenkneipe erwartet. Er könnte peinlich wirken, dieser alte Mann in dieser Masse von Jugend. Eine abgewetzte Boje mit abblätternder Farbe, mitten in unruhiger und euphorisch wütender See. Aber er strahlt gleichzeitig etwas aus, das ihm das Recht zu geben scheint, sich hier ohne Schamgefühl bewegen zu dürfen. Der sei jedes Wochenende hier, hatte mir vorhin ein langhaariger Kerl ins Ohr gebrüllt. Und irgendwie, zwischen Bier holen, tanzen und glühenden Zigaretten ausweichen, war ich genau vor ihn geraten. Und dann hatte er meine Hand gepackt und mit mir getanzt. Oder zumindest zu der Musik bewegt, irgendwie. Und dann hatte er mir von seinen Träumen erzählt. Er habe noch einiges vor in seinem Leben, hat er mir gesagt. Und ich hatte ihn einfach angesehen, ohne Spott, wie ich hoffe. Ich will Motorrad fahren, hat er gesagt. Ich will in einer Hängematte am Strand übernachten. Auch wenn mein Rücken mich am nächsten Tag umbringt. Ich will von einem Fünf-Meter-Brett springen. Höher als auf den Drei-Meter-Turm habe er es bisher nicht geschafft. Ich will noch einmal alle Filme von Marilyn Monroe sehen. Ich will sechs Eiskugeln auf einmal essen. Und ich will noch einmal zum ersten Mal eine Frau küssen. Sie dürfen ruhig in seinem Alter sein. Und wie er mir so seine Träume erzählt, seine Ziele, die er sich noch erfüllen wolle, überkam mich eine gerührte Wehmut. Ein Gefühl von Liebe, Weltschmerz und Hoffnung. Hoffnung, dass diese Welt noch nicht verloren ist, wenn es noch solche gesunden Träume und Hoffnungen gibt. Und Menschen, egal wie alt, die diese Träume und Hoffnungen nicht aufgeben. Ich sehe ihn wieder in seine blauen Haselnussaugen und er lächelt mich an. Und aus dem Gesicht mit diesen tiefen Falten und den dünnen Lippen, mit dem weißen Haarflammkraut hinter seinen großen, welken Ohren, blickt mich ein junger Mann an. Ein Junge vielleicht sogar. Neben ihm krölt ein blondes Mädchen lauthals zu dem neu angespielten Song. Hinter ihr treffen vier Bierflaschen in der Luft, klirren aneinander. Auf der anderen Seite sehe ich einen Kerl, der sein T-Shirt nach oben schiebt und sich an seiner Brustwarze herumspielt. Nach vorne gebeugt, sage ich dem alten Mann, dass ich mich für ihn freue. Und er grinst mich an und ich halte weiter seine Hand. Wir haben doch heute August, oder? Fragt er und ich nicke. Dann nickt er auch. Dann habe ich morgen Geburtstag. Ich lächle und stelle fest, dass ich seinen Namen nicht weiß. Aber vielleicht ist das auch schöner so. Schließlich kenne ich seine Träume. Die Riesenbromelie bildet frühestens mit 50 Jahren ihren Blütenstand. Manchmal dauert es sogar 70 Jahre. Sie blüht nur ein einziges Mal. Und ihre Blüten sind wunderschön. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.